Man kann sagen, Führungskräfte scheitern nicht am Fachwissen. Alle Untersuchungen deuten darauf hin, Führungskräfte scheitern an Egozentrik, an fehlender Selbstreflexion, an überzogenen Versprechungen, die man nicht einhalten kann und an geistigem Silo-Denken. Persönlich glaube ich, dass relativ viele Menschen teamorientiert sind. Dass aber die Steuerungssysteme des Unternehmens und zum Teil überwiegend auch Vergütungssysteme individuellen Erfolg honorieren. Und da ist es sozusagen, ist der Mensch als ökonomischer Mikrokosmos, tut halt häufig in diesem Sinne entscheiden. Das ist also gar nicht sein Defizit, sondern es ist der Steuerungsmechanismus, der ihm sozusagen wie im Pavlovschen Hund die eine Logik vor die Nase hält. Und deswegen diese, wir sind ja gerade auf so einem pädagogischen Kongress, ich schaue immer mit einer gewissen Skepsis auf die Verabsolutierung der Pädagogik und der Kompetenzen und der Bildung, weil vergessen wird, dass oft Strukturen und Steuerungslogiken Verhalten prägen. Strukturen und der Potenzion Untertitelung des ZDF, 2020